Lucius Licinius Lucullus war ein römischer Senator und Feldherr. Er bekleidete 74 vor Christus, das Konsulat. Nach seiner Eroberung des kleinasiatischen Königreiches Pontus führte er den Beinamen Ponticus. Bekannt wurde er allerdings vor allem für seinen Reichtum und seine grandiosen Gastmäler. Leben Er war ein Enkel des gleichnamigen Konsuls von 151 vor Christus. Seine Mutter war Cecilia Mithela Calva. Die Schwester des Quintus Cecilius Metellus Numidicus und des Lucius Cecilius Metellus Delmeticus, Vater von Cecilia Metilia Dalmeticke. Solasch vorletzter Ehefrau, Lucullus' Karriere begann als Militärtribun unter Soler während des Bundesgenossenkrieges. Als Quästor unterstützte er 88 vor Christus Solasch marsch auf Rom. Anschließend unterstützte er Soler im Ersten Mithridatischen Krieg, indem er eine Flotte aufbaute, die Mithridates Admiral Neopet Tolemus schlug. Auf Anweisung Solasch ließ er Mithridates, den das populare Herr unter Gaius Flavius Fimbria in Pitane einschloss, bewusst übers Meer entkommen. Nach dem Friedensschluss mit Mithridates blieb Lucullus in der Provinz Asia, um die Steuern einzutreiben. Laut Plutarch versuchte er die Lasten für die Bevölkerung zu verringern. Lucullus kehrte 80 vor Christus. Nach Rom zurück und wurde im darauffolgenden Jahr kurulischer Edel zusammen mit seinem Bruder Marcus Terencius waro Lucullus und schon 78 vor Christus. Mit einem besonderen Dispenspritor anschließend war er von 77 bis 75 vor Christus als Propritor in Afrika. Nach seiner Rückkehr war Lucullus 74 vor Christus, zusammen mit Marcus Aurelius Gotta, einem Onkel Gaius Julius Cäsars Konsul. In diesem Jahr besetzte Mithridates der sechste Bithynia. In Asia kam es zu Aufständen gegen die drückenden römischen Steuern. Als amtierender Konsul wurde Cotter mit der Niederschlagung beauftragt, während Lucullus als Prokonsulat Silizia erhielt. Er führte das römische Heer im dritten Mithridatischen Krieg zunächst erfolgreich durch Kleinasien, kam dem bedrängten Cotter zur Hilfe und schlug die gegnerische Flotte. Bithynia wurde zur römischen Provinz. Obwohl Lucullus einen direkten Zusammenstoß mit Mithridates aus dem Weg ging, weil er dessen überlegene Kavallerie fürchtete, gelang es ihm, seinen Gegner erst nach Pontus zurückzudrängen. Mithridates floh 72 vor Christus zu seinem Schwiegersohn, König Tigranes II. von Armenien. Anstatt Mithridates zu verfolgen, eroberte Lucullus das Königreich Pontus und ordnete die Provinz Asia. Eine von seinem Schwager Publius Clodius Pulcher geschürte Meuterei des Heeres hinderte ihn, den Feldzug fortzusetzen. Lucullus wurde vom Senat zurückgerufen und 66 vor Christus in der Lex Manilia durch Pompejus ersetzt. Er kehrte nach Rom zurück, wo er bis 63 vor Christus vor den Toren der Stadt auf seinen Triumph warten musste. Von den großen Reichtümern, die er während des gesamten Feldzuges erbeutet hatte, etwa bei der Eroberung Tigran-Occatens, der Hauptstadt des Königreiches Armenien, errichtete er sich mehrere prachtvolle Villen in der Umgebung Roms und einen Palast auf dem Palatin. Sein Vorhaben, die räuberische römische Verwaltung in Asia zu reformieren, führte jedoch dazu, dass er unter den Paplikani in Rom sehr unbeliebt wurde. Lucullus war mit Clodia, der jüngsten Schwester von Publius Clodius Pulcher, verheiratet, von der er sich 66 vor Christus widerscheiden ließ. Wohl er aus politischen Gründen als wegen des ihr nachgesagten inzestuösen Verhältnisses zu ihrem Bruder. Später heiratete er Servilia, eine jüngere Schwester oder Nichte von Servilia, Kepionis und Kato. Von ihr hatte er einen Sohn. Nach Solastod wurde er zum Vormund von dessen Kindern Faustus und Cornelia Fausta. Er importierte aus der Pontischenstadt Gires und die ersten Kirschen, die sich dann innerhalb von 120 Jahren bis Britannien ausbreiteten. Lucullus hatte in den eroberten Städten die persische Gartenkunst kennengelernt und ließ in Rom und Neapel ausgedehnte Gärten und mit kostbaren Skulpturen aus geschmückter Villen anlegen. Bekannt wurde er vor allem wegen seiner üppigen Gastmähler. Noch heute spricht man von «lucullischen Genüssen» oder einem «lucullischen Mahl». Auch die Süßspeise «Lucullus» ist nach ihm benannt. Lucullus war jedoch kein geistloser Prasser, sondern ein auch philosophisch gebildeter «Gourmet», der es liebte zu repräsentieren und seine umfangreiche Bibliothek gerne interessierten öffnete, unbekannt ist, wo Lucullus begraben liegt. Plutarch hielt zwar fest, dass dem Volk eine Beisetzung auf dem Campus Marcius vorgeschwebt habe. Sein Bruder Marcus Terentius waro «lucullus» ihn jedoch in Tusculum beerdigt wissen wollte. Einen in diesem Zusammenhang diskutierten Sepulcralbau sucht man vergebens, da unbekannt ist, welche Möglichkeit wahrgenommen wurde. Die Vermutung, seine Grabstelle sei in den Gärten des Lucullus im östlichsten Maasfeld am Pincio und nahe der Via Flaminia zu verorten, hatte sich ebenfalls nicht bestätigt. Archäologie. Bei Ausgrabungen bei der Erweiterung der Herzianer Bibliothek in Rom wurde im Mai 2007 ein zu den berühmten Gärten des Lucullus Gehörendes Nymphholm entdeckt. Die Erweiterung ist gesetzlich.